Wie sind die Pace-Profis? Echt? Ja! Aber jetzt ohne Scheiß, wie geht der Satz weiter, Alter? Ähm, wenn ihr auch wollt, dann bewirbt euch! Bewirbt euch oder bewerbt euch? Und wenn wir euch auch einen suchen sollen? Dann bewirbt euch! Kack, Grammatik, Alter! Äh, wie war der Text denn denn? Ich hab auch so lange gehabt, kann ich das nicht! Ich kann doch nicht arbeiten, Mann! Was haben wir gesagt? Inklusive Navi, inklusive Leder, inklusive Sitzheizung, Gesundheit, inklusive Klimaautomatik, all diese Sachen. Passt das? Du siehst aus wie Tupac Shakur. Also von den Haaren her. Von den Haaren! Boah! Puh, das läuft, das Ding, ne? Dieses dicke Ding ist mir auf dem Kopf! Nein! Oh! Warte, warte, warte! Warte, warte, warte! Nicht schnipsen! Klar schnipsen! Alter, nicht in die Richtung! Ah! Haha, Battlebug, Battlebug! Du musst währenddessen ich hier irgendwas mache, Frank bearbeiten! Nein, 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 nein! Mit ihm reden! Okay! Komm mit, ey! Ich mach mit! Musik aus, Regie! Wir sind fertig! Wirieben mit schnipsen, Vielen Dank.